Das bewährte Konzept der Lernortsbibliothek ist auch Grundlage für die Lernwerkstattbibliothek, nämlich Information und Sprachkompetenz zusammenzuführen. Die Lernwerkstatt löst den Lernort insofern ab, als sich das Instrumentarium zur Umsetzung der Recherchergebnisse verändert hat. Das Positive daran war, dass einige Schüler, die eigentlich nicht so aktiv am Unterricht teilnehmen, jetzt motivierter und engagierter daran teilnahmen und eigentlich sehr viel Spaß daran hatten. Die Lernwerkstatt Die Lernwerkstatt Die Lernwerkstatt Die Lernwerkstatt Vielen Dank.